Wir sind keine Hipperfans! Wir sind Hipperfuhligans! Wir sind keine Hipperfans! Wir sind Hipperfuhligans! Jawohl, bei uns ist eine rauere Sprache vorhanden, weil wir immer zu sagen pflegen, 5 Sterne aller, langen schneller! 5 Sterne aller, langen schneller! Und 5 Sterne sind immer gut dabei! Und hier exklusiv, jetzt hier, auf 1Live, ja ja, deine Mutter! Ja ja, deine Mutter! Meine Radio-Fantasie von 5 Sterne Deluxe. Eines Tages, ich saß in meinem Zimmer und las. Da kam dieses Lied im Radio. Es waren Marc, Tobi, Bo und Mario. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Ja ja, deine Mutter! Radio-Fantasie von 5 Sterne Deluxe. Jinglingling! Jinglingling! Radio-Fantasie-Tas! Guten Tag, mein Name ist Bo von 5 Sterne und ich wollte fragen, ob das mir der neue Single hilft. Ja, ich bin auch selber von 5 Sterne, ich bin Magnesium, das geht. Ach Marc, ey, was machst du denn da? Ich bin Radio-Fantasie, ja. Ne, ich hab hier grad die Exklusiv-Maxie vorbeigebracht. Ja ja, deine Mutter, die hat noch keine Benöbel. Ja, das bin ich ja beruhig, die wollte gerade anrufen und fragen, ob das läuft dann. Ne, ist alles klar hier. Exklusiv läuft, alles super. Ja ja. Alles klar, tschüss! Ciao! Ciao!